In Ihrem Trossmann Elektrikergeschäft gab es ein Haupskas. Ja, ich weiss welches. Und er ging vor zwei Jahren in Stein. Und er hatte immer solche, früher im Schulfenster, in verschiedenen Grössen. Total läuft etwas bei diesen Katzen. Ja, Körbele in ganz vielen Variationen. Und sie haben es einfach gerne. Die gehen rein. Du weisst, sie sind alle auch grogge. Ja, es ist aber gut. Die können nachher schlafen. Oh, die Häuschen, hörst du noch Fliegen? Wow. Ah. Die ist ein wenig grobe, gell? Die sehen wir ein wenig oben runterkommen. Weisst du, ich habe da oben einen Stuhl rein. Also von unten hin. Ein Stuhl, oder? Ja, ja. Hey, jetzt siehst du draussen. Ja. Schade, dass das Sofa nicht höher ist, gell? Ja. Ja. Ja, der Inger ist immer noch so. 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 Oh. Sie haben natürlich schon x Möglichkeiten, die Sie herkriegen. Ja, ja. Also du bist schon Katzengeräte eingekriegt. Es sie müssen. Ässe! 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 Vielen Dank.